Hey Leute, herzlich willkommen zurück zu Star Wars Gaming, hier in Battlefront 2 mit dem lieben Collie von der Dring Stories. Hi Leute! Wow, das war laut. Wir müssen eine Lieferung sichern. Ich dachte, ich mach mal ein bisschen Enthusiasmus hier, so ein bisschen Spock, ja, ich bin geil. Nein, also ich bin toll. Ja, das auch. Wir müssen die dreckigen Rebellen hier daran hindern, dass sie die Lieferung hier... Uh, da kommen Granaten. Oh, werde ich das überleben? Ja, ich hab's gut. Ja. Müsst du das hier bei mir? Ja, mein Geschütz ist das hier. Oh, sticht 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 sticht. Jawohl. Oh, wer war das denn jetzt? Keine Ahnung aber. Das war Kill gegen Kill. Ah, der steht da unten. Ah. Ah ne, links... Egal, ich spawn bei dir. Oh! Ich kann nicht bei dir spawnen. Okay. Hä, bei mir ist noch nichts. Kann in diesem Spielbotus nicht. Ja, aber ne, ich kann einfach nicht bei dir spawnen. Also, ich kann bei keinem spawnen. Ich bin hier beim Kontrollpunkt. Jaja, ich komm zu dir. Aber Spawn geht hier halt einfach nur da, wo das Spiel dir das gerade erlaubt. Du bist halt im Verrecken. Ich bin hier oben bei dir mit bei. Ich barf dich mal. Ich hab dich gebarfst. Danke. Ich schau doch mal mit meinem großen Geschützwort rein. Ja, komm schon. Die Kiste. Die verstecken sich hinter der Kiste. Die Kiste kommt. Müssen wir aufhalten. Auf der linken Seite. Zwei Kills. Du kannst am Boden, hier am Boden die Füße kannst du noch treffen. Ja, ja, aber jetzt hab ich grad hier so ein Schild. Ja, schön, die sind gestoppt worden. Oh, ich hab 13 AP. Genau so muss das. 13 AP, Alter. Das ist nicht gut. Oh, oh, oh. Der ist da einfach weggeflogen. Ich meine, Granate wieder. Von links, von links scheint irgendwer zu kommen. Alter, ich kann nicht barfeln. Das ist schön, das ist nice. Oh, oh, Granate. Ich seh die da alle. Aber ich kann von hier aus nichts gegen die machen. Ah, komm schon, der Offizier. Jawohl, drei Spiele der Kill-Serie. Auf der linken Seite sind hier welche. Ah, hinter uns, hinter uns. Hinter uns? Ja. Oh, mit der Shotgun, mit der Shotgun. Ah, jetzt hab ich mich umgedreht, den hinter uns erwischt. Aber noch ein zweiter hinter uns. Uh, ich nehm mal einen Death Trooper. Jawohl. Du hast nochmal einen Buff hier, zack. Dankeschön. Bleib hinter mir, dann überlebst du. Ja, ich bin hinter dir. Ich dachte, das wäre jetzt ein Gegner. Nein, aber das ist ein Gegner. Nein, was machst du? Ja, ich hab ihn. Ja, aber du bist erstmal voll vor meinen Schuss weit gelaufen. Ich werde sterben. Ja, ich bin gestorben. Habe ich denn wenigstens die mit der Granate erwischt noch? Ja. Habe ich noch. Immerhin. Uiuiui. Ah, ich bin tot. Ah, die haben schon... Ah, Mann. Nach jedem Checkpoint... Ich spiel das so selten. Aber nach jedem Checkpoint kriegen die anscheinend eine neue Zeit. Das ist natürlich kacke. Ah, ich war gerade schon da. Ich hab den Modus tatsächlich noch nie gespielt hier. Also... Ja, ich hab ihn sehr selten gespielt. Auf jeden Fall. Nicht so mega oft. Oh, ich dachte, das wäre ein Gegner. Das ist kein Gegner. Gut. Ne, oder? Jetzt hat sich... Oh, okay. Ich dachte jetzt schon... Was denn? Ich dachte, die Tür schließlich... Ich komme da nicht mehr rein. Jetzt bin ich tot. Sehr viele, vielen Schaden gemacht, aber trotzdem gestorben. Lord Oriam habe ich noch mit assistet. Immerhin. Immerhin. Das ist ein Konkruide. Und ich sehe dich. Okay, ich gehe trotzdem nochmal hier rauf und versuche es nochmal von oben. Hoffentlich bringt das was. Oh, oh, oh. Wie lag der denn da? Okay. What? Da weiß man von einem Raketenwerfer von der. Da weiß man manchmal nicht, was einen gekillt hat. Okay, ich versuche nochmal mit dem Death Trooper hier was zu reißen. Vielleicht kriege ich es ja diesmal ein bisschen besser hin und nicht sofort sterben. Ich bin tot. Das ist uncool. Kommando Trumpen. Hey, ich bin so scheiße und bin trotzdem noch irgendwie auf dem vierten Platz. Gut, dass du es erkennst. Einsiehst. Ja, ich spiele halt gerade echt nicht so gut, aber irgendwie alle anderen spielen noch schlechter. Wookies, zu viele Wookies. Autsch, Autsch, Autsch. Ich bin so gut wie tot, ich bin tot. Aber immerhin einen Kill gemacht. Mit dem Death Trooper. Ah, Mann. Ich spawn aber auch immer an der gleichen Stelle, ne? Alter, ich komme um die Ecke und werde direkt von dem Granatenwerfer. Ja, das ist echt uncool. Die spawnen kämpfen aber auch hier jetzt quasi fast. Granate. Ich versuche sie nochmal ein bisschen zu flankieren und dann von hinten zu kommen. Ja, ich komme auch. Na, komm schon. Hier runter. Ah, bitte, bitte, bitte. Wo ist die denn jetzt hin? Oh nein. Oh nein, Granate hinter mir. Ah, das war's. Ich sehe nichts mehr. Wenn die da jetzt nicht so weggesprungen wären, ne? Oh, ich bin sogar noch dritter. Immerhin. Immerhin. Ja, irgendwie läuft es nicht so gut gerade bei uns. Bei mir schon. Ich bin bei dem Träger, bei der Gegner. Okay. Das ist gut. Das ist gut. Oha. Oha, hast du das gesehen? Die hat mit einer Marketen. Pass auf, pass auf, nicht alle so einander wegen Granaten. Ja, ja. Da, da, von da rechts, wo ich hinschieße, kommen viele. Einer ist tot. Oh, von links. Granate, Granate. Okay, Krieger, ja, ich sehe es. Warte. Ah, von hinten. Oh, kacke. Zu viele Gegner. Oh, die hat mich mit einem, mit einem Schlag hat die mich erledigt. Mit einem Schlag. Das ist nichts Lustiges hier. Halt die Klappe. Okay, aber die haben nur noch zwei Minuten und wir stehen da eigentlich ganz gut drauf. Also vielleicht, vielleicht kriegen wir das hin. Die, okay, ich versuche da nochmal die zu flangieren. Alter, Alter. Oh, von oben, von oben. Oh, nein, von der rechten Seite da quasi, ne? Ja, ich bin fast tot. Einer von uns hatte den. Neun. Ich habe noch nicht gewinnen Punkte für den Death Trooper. Ich wollte den noch ein drittes Mal haben. Schon wieder umkämpft ihr. Ich gehe nochmal hier rauf. Probieren wir es nochmal. Kann ja nicht hier. Kann nicht deren Ernst sein. Noch mal hier lang. Oh Gott, oh Gott. Jetzt habe ich auf dich geschossen. Hab ihn, hab ihn, hab ihn. Ich hab ihn. Ja, ja, ich bin tot. Aber egal. Death Trooper. Ich habe dich gerecht. Das war natürlich, das war natürlich genau das, was ich, was ich wollte. Ich wollte sterben, damit ich den Death Trooper nehmen kann. Ja, klar, genau. Komm, buffen wir mal unsere Leben. Und dann beschützen wir hier die Lieferung Watterzeugkeit. Oh, das ist eher nicht so schön. Okay, nein, ich gehe nochmal hier rauf. Äh, wo ganz wen? Hier, da kannst du von hinten kommen dann. Und die von hier aus flankieren. Oder auf jeden Fall versuchen, das Ganze zu machen. Ah, ja, hier, 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 hier. Ich bin tot am Eingang, wo wir gespawnt sind, da. Zwei, drei Leute sind da. Nein, komm schon. Jawohl. Okay, da kommt der Nächste. Komm schon, jawohl. Oh nein, Wookie-Krieger. Ja, den werde ich nicht mehr überstehen. Schade. Aber immerhin zwei Kills mit dem Death Trooper gemacht und Leute aufgehalten. Komm schon. Renn. 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 Nur noch 17 Sekunden. Wir können das schaffen. Grenate rein. Die sind so kurz vor dem Checkpoint und schaffen es nicht. Au. Von wo? Nein, der Wild ist wieder hier. Ah. Hier ist ein Wookie. Haben wir gewonnen? Keine Ahnung. Nein, Verlängerung, weil die es gerade soeben, die haben es in der letzten Sekunde hingekriegt. Das kann jetzt nicht sein. Wir müssen die Kiste hier aufhalten. Ah, komm schon. Was soll das da? Oh Gott, das sind zu viele. Das sind zu viele. Ein Gart da rein. Okay. Komm, schaffen wir das? Jawohl. Jawohl. Sieg. Sweet Victory. Und wir sind auf der Gegenseite. Oh, nicht mehr auf Kessel. Jetzt in Jabba's Palast anscheinend. Oh, Leute. Oh, 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 oh. Auf geht's. Oh, alle gewafft. Oh, da kommen sie schon. Da kommen sie schon. Oh, 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 oh. Nein. Da ist eine Granate unter mir. Ah, ich bin cool. Machen wir mal eben kurz da so einen Dart rein. Oh, ich bin Erster. Ja. Ich versuche nie zu flankieren. Oh nein. Oh nein. Oh Mann. Da war meine Shotgun nicht gut genug. Probieren wir es nochmal mit einer Shotgun. Oh, ich bin tot. Aber ich habe noch einen Kill gemacht, bevor ich gestorben bin. Ja, als Rebellen stellen wir uns gerade noch nicht so gut an. Wir sind halt nicht so rebellisch. Ja. Wir sind eher hier Imperiums-konform. Oh. Granaten. Oh. Nein, Manu. Manu. Mögen, ihr macht mit uns sein. Auf jeden Fall. Schön. Träger neu gestartet. Das ist doch... Oh, Alter. Okay. Ich habe mich doch nicht so... Oh. Hast du das gesehen? Der hat mich von da oben weggesnaped. Einen Schuss und ich war tot. Okay, ich probiere es noch einmal mit dem hier. Versuchen wir mal darauf zu gehen. Und den... Ah, Mann. No. Ja, das war es jetzt. Das war mit Angriff. Ich probiere wieder schwer. Mit Angriff komme ich nicht. Ah, Alter. Weiß auch nicht. Ey, von zwei Seiten, wo dich geballert hier ist. Ja, vor allem nicht. Da hier auch alles weg. Von hinten und von vorne haben sie es weggeblieben. Ah, komm schon. Zwei Kills? Ja. Und dann kommt der drittmetische Shotgun und trittet mich. Mann. Kann doch nicht sein. Wenigstens den ersten Checkpoint will ich hier kriegen. Ach, Mann. Der wurde nicht weggesniped, Alter. Ja, der Sniper snippt uns alle weg. Ist das Problem. Oh, Death Trooper. Death Trooper. Oh, nein. Der hat mich noch gekriegt. Ich habe zwar einen anderen noch gekillt, aber der Death Trooper hat mich gekriegt. Oh, Mann. Kann doch nicht sein. Komm schon. Ja, wenigstens noch die... Die Granate hat wenigstens noch funktioniert. Und da habe ich meine eigene Leiche noch sehen dürfen. Komm schon. Ey, was... Das ist so unfair, ne? Dieser Death Trooper da links. Komm. Ich will den jetzt hier weg haben. Das kann nicht sein. Oh, oh. Boah. Das riecht mich so auf. Ich kann nichts gegen den machen. Lass uns mal zu zweit auf den gehen. Wo denn? Wisst ihr, ist er jetzt tot? Ja, eigentlich... Ah, von hinten. Ah, von vorne. Von überall. Von überall. Die hocken da schon. Keine Chance. Keine Chance. Die campen das hier so was von ab. Was ist das denn für eine Kack-Map? Bitteschön. Der Träger bewegt sich nicht. Ach. You don't say. Boah. Da gehe ich nicht lang. Ne, da gehe ich aber auch nicht lang. Oh, vier Spieler. Kill-Serie, Alter. Du jetzt gerade? Nice. Hier ist der Death Trooper schon wieder. Ich bin für einer. Ah, das kann nicht sein. Er hat jetzt so wenig Leben. Er hat nur noch 100 Leben. Vielleicht nehme ich dann doch gleich mal einen Wookie. Ich mag Wookie zwar nicht so hier in dem Spiel, aber... Komm schon. Nein. Hey, du bist aber erst. Nein. Ja, das bringt uns aber auch nichts. Sind auch schon wieder tot. Dieser Drecksniper da oben. Ne, der macht einen richtig guten Job. Macht richtig, richtig guten Job. Lass mal versuchen, hier komplett hier durchzukommen. Dann hier rauf. Was? Ich würde da gewohnt. Ich würde mich doch... Ach. Äh? Komm schon. Ich habe den Sniper jetzt gerade im Visier. Glaube ich. War das der Sniper? Ah. Weiß es nicht. Ne, war gar nicht der Sniper. Der Sniper ist noch über mir. Ah. Komm schon. Der Death Trooper will mich jetzt... Ja, der kriegt mich jetzt auch. Kann nicht sein. Ups. Ich probiere den Wookie aus. Oh. Hier rauf. Wir verlieren das. Wir verlieren diese Runde. Ist nicht deren Ernst, hier. Das gibt es ja nicht einer. Komm schon. Ja, den Sniper. Ich habe den Sniper endlich. 14 Sekunden noch. Okay, vielleicht macht den Wookie doch. Los, wir müssen da hin. Jawohl. Wo sind sie? Komm schon. Wir haben jetzt noch eine Verlängerung, weil ich hier gerade noch... Ich geh ran, ich geh ran, ich bin auch da. Ah, von hier. Man hatte... Ich werde gleich sterben. Ja, ich bin fast tot. Ich bin tot. Ja, die haben den, glaube ich, fast abgeschaltet. Ich bin jetzt auch gestorben. Wir haben jetzt Anson abgeschaltet. Also Angriff ist vielleicht nicht schwer, muss ich sagen. Also wenn du jetzt hier so ein bisschen schieben musst. Auf jeden Fall. Okay, wir sind jetzt das Imperium. Auch in Jabba's Palast. Und ich gehe nicht durch die Mitte. So demnächst müde bin ich nicht. Und ich habe jetzt... Hä? Was? Jetzt habe ich was ausgewählt, was ich gar nicht... Hä? Also hier ein Truppler, den ich gar nicht spielen wollte. Einheit. Damit habe ich gerechnet. Oh, damit habe ich nicht gerechnet. Jetzt stellen wir den mal schnell. Und dann jetzt... Wie können, kann ich schon lange. Kann ich schon sehr lange. Oh, 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 oh. Ah, Mann, schade. Oh, wie ich ihn gegeben habe. Da wusste der Bescheid. Da wusste der Bescheid. Oh, sorry. Ich bin so im Eifer des Gefechts. Jetzt, da rutschen mir vielleicht schon mal ein paar. Ja? Äh. Joioioioioioioioio. Nein, aber nicht Solo. Mr. O'Praise habe ich besiegt. Wo sind sie ja? Da ist einer. Ah, nein. Der hat mich noch gekriegt. Der hat fünf. Fünf Leben. Ah, Mann. Ich war fest der Überzeugung, dass ich dieses Zelda gewinnen würde. Naja. Ah, wir sind hier. Wir sind hier zusammen. Wunderbar. Oh, wir sind immer zusammen. Ah, hier ist einer. Wo, wo, wo? Der kommt von hinten. Ja, jetzt ist aber auch von vorne zwei. Ja, keine Chance. Mann. Ärgerlich, ärgerlich. Komm schon. Okay, okay. Die Lieferung haben wir abgefangen. Das ist schön. Da ist einer verrückt. Wo sind sie? Oh, von drei Seiten. Von drei Seiten haben die mich getötet. Die sind ein gutes, eingespieltes Team hier anscheinend. Ja, wir müssen gucken, dass die hier auf jeden Fall nicht durch die erste Phase kommen. Die haben uns nicht durch die erste Phase gelassen, also dürfen die dort auch nicht. Autsch, von da rechts. Na links. Mann, ey. Okay, Kali, wir müssen mehr zusammen aufnommen. Ich komme zu dir. Ja, ich kann es gerne machen. Ich komme zu dir. Direkt, direkt bei dir. Ja, ja, ja. Ich stelle mich vor, dich gekillt. Lebst du noch? Nee, ich bin tot. Ich weiß aber auch nicht, wo der ist. Ist der richtig? Der ist nach oben gegangen, irgendwie. Ah, Mann. Habe ich einen gekillt, aber... Und ich bin 15 Punkte vom Death Trooper entfernt. Schade. Hätte ich gerne... Oh, nein. Die ist umkämpft. Die ist umkämpft. Ich muss da hin. Oh, ich muss hier rein. Nein, da ist er nur Mecke. Ja, schade. Kann doch nicht sein, dass ihr jetzt hier durchbringt. Ich bin ein Death Trooper. Alter. Wir drücken uns hier ganz schön zurück, ey. Ja. Tun sie. Tun sie leider. Komm schon. Da hat er noch noch nicht. Ja, ja. Ich bin tot. Ja, meine Grafari. Da ist ein Wookie. Hier links. Mal sehen, kriege ich den. Kann ich den flankieren? Okay. Was auch immer das da war. Ah. Ja, weil. Oh, noch ein Wookie. Noch ein Wookie. Ich will nicht. Ich will nicht. Ich will nicht. Ich will nicht. Ich werde sterben. Wookie. Ich bin eben hier. Ich bin hier gestorben. Schön. Wir müssen das hier. Ich renne da rein. Der Wookie muss sterben. Das ist noch einer. Ich habe es abgefangen. Glaube ich. Ich glaube, ich habe es abgefangen. Ja, ich bin jetzt auch tot. Aber ich glaube, ich habe es aufgehalten. Nein. Für eine kurze Zeit. Wo werde ich denn jetzt hier gespawnt? Du warst gerade nur ein paar Punkte über mir. Jetzt auf einmal bist du voll krass über mir. Ja, weil ich jetzt hier mehrere Vollstrecker gekillt habe. Nein, Mann. Der hatte vier Leben. Ich, ich. Immer so kurz davor. So kurz davor. Hier. Hier runter. Wo sind sie hier? Hier? Ja. Da ist einer. Schön. Uh, da ist mehr als einer. Schön. Gott, ich nehme mal so einen Raketentruber. Ja, fast. Fast hätte ich ihn gehabt. Gar nicht. Fast hätte ich ihn gehabt. Oha. Zurück in vorn. Dieser Mr. O'Praise, der nervt mich. Der nervt mich sehr. Komm, wir müssen die Lieferung anhalten. Die Rebellen dürfen das hier nicht rausschaffen. Oha. Okay. Ah, 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 uff. Immerhin. Immerhin. 15 fucking AP. Oha. Ah, umkämpft, umkämpft. Ich bin tot. Dieser Kackwucki. Ah, einen Death Trooper kann ich jetzt nicht nehmen. Schade. Sind schon genügend im Spiel. Wir haben die Ladung. Jawohl. Jetzt müssen wir sie wieder abfangen. Ich dachte, wir hätten sie. Ja, für kurze Zeit. Bist du auch hier, Cardi? Bist du ein schwerer Trupp? Ich bin ja hier. Ah, nee, du bist so ein Jump Trooper. Ja, genau so ein Raketen. Von wo? Oh, oh, oh. Komm schon. Jawohl. 2 Kills. Nein, wie bin ich hier runtergekauft? Wir beschützen die. Ja, 3 Kills. Ah, nein, der Wookie wird mich erledigen. Bin runtergekauft. Der Wookie wird mich erledigen. Ich weiß nicht, ich weiß nicht, ich weiß nicht. Von irgendwo? Ah, von hinten jetzt. Nein, ah, Mann. Wookie von hinten. Kann doch nicht sein. Ich habe wieder einen Death Trooper. Komm schon. Okay, ich bin gut. Ihr habt so lange gelebt. Ich schaffe es zum nächsten Kontrollpunkt auch noch. Das kann doch nicht sein. Siehst du? Jawohl. Oh, noch einer. Noch einer. Kommt noch einer hier. Für das Imperium und dem Imperator wollte ich sagen. Und dem Imperator. Jawohl, 4 Spieler Killserie. 5 Spieler Killserie. Ja, jetzt reise ich hier mal was mit dem Death Trooper. Oh, nein, jetzt hinter mir. Ah, Mann. Hätte ich das mal nicht gesagt. Nochmal Death Trooper. Leben. Granate. Warum wirft ihr die nicht? Ich drücke immer LB und der wirft trotzdem. Also, wirft ihr, die waren auch welche. Ja, ja, ja. Oh, ja. Ein Wookie. Mann. Dann wird er tot. Ich habe wenigstens ein bisschen geholfen, hier Platz zu machen. Da macht man einmal eine gute Sache mit dem Death Trooper und schon blamiert man sich wieder. Oha. Keine Chance. Keine Chance. Ich habe ein bisschen was an Schaden gemacht, aber dann war ich schon wieder tot. Nein, die haben es nicht wirklich geschafft. Hinter uns. Oh. Was? Von hier. Hier auf die Granate. Jawohl. H2 Oreos habe ich besiegt. Oha. Oh, warum hinter mir? Warum? Die Sorge. Das kann nicht sein, dass du mich mit seiner Spanne erledigst. Schwäger. Schwäger. Ja, ich bin gerade sehr getriggert. Aufpassen, Granate. Ja, Granate. Ich habe es gesehen. Das war eine von den Wookie, glaube ich. Ich versuche mal hinter sie zu kommen. Hinter uns. Hinter euch. Hinter euch. Ja, ich bin da gar nicht, wo ihr seid gerade. Ja, doch. Ich habe drei AP, Alter. Ich habe drei fucking AP. Jetzt ist hinter mir auch wieder einer. Ah, Mann. Dann war ich hinter dem einen. Das war gut. Aber dann... Ich habe mich hinter mir nicht. Granate rein. Jetzt ist einer. Oh, Mann. Komm schon. Ich bin letzter. Die schlechteste. Hier rechts war noch einer. Ah, Mann. Ja, direkt unter mir die Granate. Dieser Wayne ist CZ. Ne, der riecht mich so auf. Der riecht mich richtig auf. Äh, wie du ausrastest. Halt mich so auf, verdammte Scheiße. Ja, der riecht mich auch auf. Wunder. Der regt mich auch auf. Ah, Klaaschen. Ne, keine Chance. Ey, die rastieren uns hier so gegen den Strich, ne? Glaubst du gar nicht? Ja, leider. Die sind ein wirklich gut eingespieltes Team. Also ich finde, wir halten uns hier schon besser. Ja, die ist gesichert. Die ist gesichert. Dieser... Oh, Mann. Dachske. Wie lebt der noch? Wie lebt der noch? Immerhin umkämpft. Immerhin umkämpft. Da ist Luki. Hinter uns. Alter. Ja. Fünfzehn Gegner. Fünfzehn Gegner. Ich weiß auch nicht, wo unsere Verbündeten jetzt gerade waren. Ich bin durch die Weltgeschichte geflogen, ey. Alter. Oh, Mann. So. Hier haben wir vielleicht noch eine gute Chance, den zu halten. Warum steht die alle da hinten rum? Alter, es wurden gerade drei Leute vor mir direkt durch die Granate getötet. Ja, ich. Ja, du und noch zwei andere. Kack Offiziere mit ihren Geschützen, ne? Ja, endlich. Diesen Wayne ist erledigt. Und dann der nächste. Der Mr. O'Praise. Eine Minute 50. Das werden wir wahrscheinlich nicht mehr schaffen, ne? Unwahrscheinlich. Wie? Ich spawne und bin sofort tot. Eine Rakete. Die konnte nicht mal auf mich geschossen worden sein. Weil ich viel zu weit weg war. Oh, Mann. Aber ich verstehe auch nicht, warum die Kuttner und dieser Magga-Man... Warum steht ihr so weit außen? Magga-Man. Wir müssen vorrücken. Nicht einfach nur da hocken. Die machen wir wahrscheinlich, um Kills zu kriegen. Und Punkte. Killed. Der Vorstoß der Rebellen wurde gestoppt. Das ist richtig. Da rechts war einer drin. Nein. Du kommst da nicht ran. Oh, Mann. Und der kriegt mich von da noch. Ach, ne. Das war der Thermal-Imploder von dem. Okay. Death Trooper. Eine Minute. Eine Minute hier. Kurz vor knapp. Das Ganze noch festhalten. Nein. Wir haben die Kontrolle verloren. Von links. Du bist auch gerade der beste im ganzen Team. Nein. Nein. Ich will nicht speziell sein. Kacke. Jetzt habe ich jemanden falsch ausgewählt. Ja. Verloren. Ich bin nicht mal dritter. Ich bin vierter. Toll. Komme ich nicht mal aufs Best of Vier. Naja. Ich hoffe, euch hat das Ganze trotzdem gefallen. Trotzdem, die uns so auseinandergenommen haben. Vielleicht müssen wir da nochmal ein bisschen üben. Oder unsere Charaktere aufleveln. Wird schon. Schaut auf jeden Fall mal beim Kalli vorbei. Bei der dringenden Storys oder oder Kalli mal. Und damit noch einen wunderschönen Tag. Und bis dann mal. Tschüss, Leute. Und damit noch einen wunderschönen Tag.